Heyo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online. So, heute wieder mit dem Steven und wir spielen ein Last-Game-Standing mit wie vielen Leuten überhaupt? Vorhin waren es glaube ich 16, jetzt ist es weniger, 15 oder 14 und ihr habt aber einen AFK-Typen drin. Egal, auf jeden Fall, wir sind Gegner und hoffentlich ein interessantes Last-Game-Standing. Hä, ich bin auch zu... Hä, das war komisch, was egal. Ich habe es aber aufgenommen. Man muss dazu sagen, ich bin, ich kenne die Map. Ich stecke aus. Ja, wir kennen die. Auf PS3. Auf der PS3, auch oft gespielt. Ja, die ist ja jetzt auch nicht neu. Die ist ja jetzt auch nicht neu. Äh, ich weiß aber doch. Deswegen, die ist ja nichts besonderes. Hä? Ich will es jetzt einfach nur sagen, dass wir mit der Zwarze dahin gezockt haben. Okay. Gut. Oh, ich habe immer... Das Ding ist ja, wenn man einmal stirbt, ist man raus für die Runde zu. Bin ich der Letzte? Nein, bin ich nicht. Hä? Hä? Ich dachte kurz, ich bin der Letzte von unserem Team. Alter, du wolltest mich doch verarschen. Ja, ja, nice. Da ist einer von euch gestorben. Der eine, der mit dem Raketenwerfer ist, ist es du. Nein, ich habe keine Raketenwerfer. Das ist keine Taktik. Sorry, aber das ist keine Taktik, weißt? Der steht da an der Stelle. Ich schieße den an und der verpüßt sich nach unten. Fuck, ich bin so schlecht. Hab dich. Huh, weißt du. Ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Wollen wir mal, ich schieße dich richtig schlecht. Jemand hat schon angenommen. Fuck, nein, Jungs, 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 ich muss mal besser zielen. Okay, okay, ich gehe an den Baum lieber. Scheiße, Mann. Nein, ich bin tot. Runde zwei Leute. Das gegnerische Team aus meiner Sicht führt 1 zu 0. Oh, es gibt bis 3 übrigens. Und jetzt muss diese Runde erfolgreicher werden. Nein, er hat einen von uns gekillt. Ja, ich hab ihn. Leute, legt euch nicht mit uns an. Obwohl wir richtig hinten sind. Wir haben wieder viel mehr Leute verloren. Hab einen von euch. Nice, wir killen euch grad. Nice, Steven. Drei gegen zwei jetzt. Drei gegen zwei jetzt. Jetzt ist es offen. Fuck, 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 zieht der nicht auf mich? Ach so, hat er den Kugelsicherheim oder so? Oder ich hab ihn einfach grad nicht getroffen. Der hat einen Kugelsicherheim, glaube ich schon. Vielleicht sollte ich mal auch einen anziehen. Ich dachte mir das nicht. Nee. Warte, ich zieh auch einen an. Gibt es halt eine Einstellung, dass es keine Kugelsicherheim gibt. Hachzell, töt ihn. Hachzell, töt ihn. Hachzell, töt ihn. Hachzell. Hachzell. Man, warum gibt es nicht eine Einstellung, dass es den Kugelsicherheim nicht gibt. Runde drei. Runde drei. Es steht eins zu eins. Ja. Er hat ja alle gesehen, wie ich gekauft habe. Oh, auf den Zug. Wenn man auf den Zug springt. Kann man dann was. Vielleicht sollte ich mich nicht töten lassen vom Zug. Ähm, vielleicht, glaube ich, praktisch. Stimmt einfach. Stimmt einfach. Sehr praktisch, einfach vom Zug zu sterben. Komm, Leute. Ja. Mann. Oh. Ich habe gleich nicht den Kopf getroffen. Danke. Mich hat irgendjemand angeschlossen. Ich bin halt tot. Mehr als halt tot. Ich bin so gut wie tot. Ich muss eigentlich mein Moped holen und wieder wegfahren. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Scheiße. Der hat einen Lenker. Äh, der hat so einen Scheiß. Ach komm. Der hat so einen, ähm, eine Panzerfuß. Bist du schon tot? Nein, bist du nicht. Nee. Du bist ja ein richtiger Überlebenskünstler. Musst du X töten. Hardlock. Easy. Nein. So, Leute. Runde vier. Mein Team geht es jetzt um alles. 2 zu 1 stets. Und es gibt es drei. Ein. Ein. Jaja. Jetzt müssen wir gewinnen. Jaja. Sonst haben wir verloren. Hast du aber gut erklärt. Ja. Gut erklärt. Oh. Ey. Ich, ich, ich. Aber soll ich nicht sagen? Nee. Okay. Ich habe es überlebt. Ich sag dir, ich ziehe den Kugelsichern heim an. Hab ihn aber nicht angezogen. Oh. 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 Leute. Beide sind gestorben. Ach so. Aber beide. Mich hat noch von der Seite jemand angezogen. Nee. Das wart ihr beide. Guck mal. Das steht im Chat. Ja. Ihr habt euch gegenseitig gekillt. Ja. Oh. Mann. Das wird jetzt schwer. Die wissen wo ich bin. Viel Glück noch für dich. Danke schön. Mann. Ich treff glaub nicht den Kopf. Nein. Ich werde hier von den Seiten abgeschossen. Du musst aufpassen. Jetzt. Jetzt. Jetzt ist er tot. Er hat den Kugelsichern heim. Ah. Tot. Ah. Ich würde echt gerne den Kugelsichern heim ausmachen. Okay. Gut. Leute. Steven's Team hat gewonnen. Auch wenn er nicht spielt. Weil er keine Lust mehr hat oder so. Steven. Bist du noch da? Oh sorry. Ich habe die ganze Zeit unnötig geredet. Achso. Oh egal. Verläge gegen Steven. Ja. Erstmal G an deinem Team. Aber wenn wir gewonnen haben. Wtf Steven. Siehst du ich hatte 2 Kills. Erstmal G an mein Team. Man hört nicht alles von dir. Egal. Ich hatte 5 Kills. Aber leider habe ich verloren. Egal. 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 Das war es dann mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und. Unahui. Ciao.